Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Iron Lady Bist du bei der Staffel dabei? Ich bin im Team nicht unbedingt gut. Kommen wir zu den anderen. Wenn ihr gewinnen wollt, muss das flüssig laufen. Also ist die mit dabei? Ja, mal sehen. Ich bin Carl, der Physiotherapeut. Er hat so einen wichtigen Boy-Badlook an sich. Was war das? Du hast das vermacht. Ja, meine Schuld, weil die Überfliegerin alles richtig macht. Ich riskiere nicht, wegen ihr zu verlieren. Sie ist eine Schande für das Team. Und wenn ihr mich nicht im Team wollt, der Feind! Schön, dann geh ich eben! Ein Traum. Wir haben ein ausverkauftes Stadion hier bei den Weltmeisterschaften. Ich brauch dich bei der Weltmeisterschaft. Ich hab dir gesagt, ich bin kein Teamplayer. Ein Team. Du hast das Zeug. Also spiel nach den Regeln. Schwing jetzt deinen Arsch wieder auf die Bahn. Hast du gerade über meinen Arsch geredet? So wie ich das sehe, kann uns niemand schlagen. Sie ist die Schnellste. Wir brauchen sie. Du bist schneller als sie. Hier sind wir bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Zeigen wir denen, was wir können. Holen wir uns den Sieg, Mädels. Ja, wir schaffen das. Zeig sie. Boom! Ihr habt mir gerade meine große Rede versaut. Hatte ich mir auf Karten geschrieben. Es ist sehr knapp! Fast Girls. Gut aussehen und schnell rennen, Süße.